Ja, mein Name ist Michi Burgsteller-Stritzinger und bin seit Jänner Head of Marketing & Communications. In Marketing & Communications sind sämtliche Kampagnen angesiedelt, das heißt, wir machen alle Produktkampagnen, wir machen aber auch sämtliche Content-Kommunikation, also egal ob es jetzt um Social Media geht, um Website geht, Mailings, aber auch Dinge wie Chatbots sind in unserer Verantwortung. Also mein Tag schaut so aus, nach Corona ist es ja nicht mehr so, dass alle im Büro sind, das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen sind in Homeoffice und das heißt, wir starten im Team mit einem Daily, wo wir uns einfach austauschen, was gibt es heute, was ist angesagt, was geht raus an Kommunikation, an Marketing, was gibt es Probleme und so weiter und dann geht es eigentlich los. Das ist so unser Start in den Tag und man sieht sich, wenn nicht live, wenigstens digital. Michaela Burgsteller-Stritzinger leitet ein bunt gemischtes Team von 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben ihrem Job ist sie aber auch erfolgreiche Familienmanagerin. Ich leite nicht nur das Marketing, sondern ich bin ja auch verheiratet und habe zwei Kinder, also drei Männer zu Hause und diese Vereinbarung zwischen Job und Familie ist oft gar nicht so easy, sag ich mal. Unser Unternehmen ist da wirklich ein Vorreiter und hat auch Frauen die Möglichkeit gegeben, genauso wie die Männer Führungsposition zu übernehmen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Warum funktioniert das dann, sag ich mal, auch für mich persönlich? Nur, weil ich wirklich zu Hause auch die Aufteilung habe. Beide sind gleich da, beide haben die gleiche Verantwortung. Das heißt, Kinderarbeit bleibt nicht an der Frau hängen, Schularbeiten bleibt nicht nur an der Frau hängen, sondern mein Mann unterstützt mich da sehr, sehr gut und nur zusammen, wenn alle zusammen helfen, schaffen wir das auch gemeinsam. Natürlich ist es schade, wenn meine Mama jetzt weniger Zeit für die Familie und so hat, aber wenn sie daran Leidenschaft und Spaß hat, dann ist es natürlich okay. Und wenn sie halt dann eben Zeit mit der Familie verbringt, dann verbringt sie es so richtig. Ob beim UNO-Spielen, beim Pallatschinken-Schupfen oder beim Jonglieren mit neuen kreativen Ideen im Job, Michaela Burgstaller-Stritzinger schafft den erfolgreichen Spagat zwischen Beruf und Familie. Das Thema Chancengleichheit liegt mir groß am Herzen. Ich bin überzeugt, dass erfolgreiche Unternehmen nur mit Chancengleichheit erfolgreich sind. Ich bin auch davon überzeugt, dass Teams, die bunt gemischt sind, das heißt beide Geschlechter auch und auch Diversity haben, viel erfolgreicher sind und die besten Ideen rauskommen. Die Salzburger AG hat sich ganz neu ausgerichtet und richtet sich ganz neu aus. Das heißt, der Kunde ist wirklich ganz im Fokus. Vom klassischen Energieversorger entwickeln wir uns zu einem grünen, nachhaltigen Technologieunternehmen und wir wollen die Kundinnen und Kunden unterstützen bei der Energiewende und dafür ist die Nachhaltigkeit und die Technologie eigentlich unumgänglich. Ich liebe meinen Job, weil mir die Kundinnen und Kunden so am Herzen liegen. Wir in der Salzburger AG haben den großen Vorteil, dass wir etwas Sinnhaftes machen können. Wir können die Kunden tagtäglich unterstützen bei allen Lebensbereichen, im Zuhause-Dasein, die alle Kunden mitnehmen in eine nachhaltige Zukunft und wer kann das schon behaupten, wenn er tagtäglich in seinen Job kommt?